Grüß Gott, ich Tischlermeister Ernst Zauer möchte Sie zu einem Spaziergang in den Wald einladen, wo die Beständigkeit, Harmonie, Gemütlichkeit und Erholung durch den Rohstoffholz entsteht. Mit unserem handwerklichen Gefühl, Geschick und langjähriger Erfahrung verarbeiten ich und meine Mitarbeiter mit größter Sorgfalt diesen Rohstoffholz für Sie zu Stiegen, Türen, Toren, Fenstern und Möbeln aller Art, damit Ihr Lebensraum, Haus, Wohnung oder Garten zum Wohlfühl- und Erholungsraum wird. Ihre Zufriedenheit und Weiterempfehlung ist unser täglich Brot. In diesem Sinne getreue ich unserem Motto, der Sauer macht's genauer, Ihr Tischlermeister Ernst Zauer.